Madonna, hilf mir, das zu werden, was ich war. Und vergib mir das, was ich geworden bin. Amen. Toto, ich bin's, Pepino. Pepino Loschichero. Mein Sohn ist heute Abend ausgegangen für einen Auftrag und kam nicht mehr zurück. Pepino. Es ist so viel Zeit seit dem Vergangenen. 20 Jahre. Ihm ist was zugestoßen. Hör dich um, find raus, was passiert ist. Hier ist etwas ganz Großes im Gange. Du weißt, Blut ruft nach Blut. Das ist die Regel, hast du sie vergessen? Was hast du jetzt vor, Pepi? Bist du dabei? Aber um was zu tun? Jetzt hör mir mal gut zu, du beschissener Bastard. Ich möchte mit deinem Boss reden. Und dann sagst du ihm noch, dass ich seinen scheiß Neffen in der Gewalt habe. Wenn er den Arsch nicht in kleinen Stücken zurückhaben möchte, soll er mir den Karl der Nino getötet hat übergeben. Sagen wir, ich bin wieder zurück im Geschäft. Das Geräusch klingt mir immer noch in den Ohren. Pop, 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 pop.